Oh mein Gott, weißt du, was ich gerade sehe? Was denn? Es gibt noch einen viel billigeren Solarhelm. Hallo und herzlich willkommen zu der Wartung wohl getrackt mit dem Tegermann und mir sind damit nur 3,4,5! Und der Kartoffel. Und meine Stimme ist weg. Und meine auch. Ich kann nicht mehr reden. Okay. Ja, endlich, ich kann nicht mehr reden. Genau, diese Folge habe ich vor, einen Solarhelm zu machen. Ja, und ich kümmere mich endlich um diverse Messungen. Ich brauche eine Menge Coldust. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt Eisen und mache einen Iron. Das wird viel. Warte, da muss ich mal rechnen. 3 für 1, also 8 mal 3. Das sind 24. 24 Kohle. 14, noch 10. So, 24 in den Messerwaiter. rein da, dann die Overclocker-Upgrades rein. So, dann geht das ein bisschen schneller. Dann brauche ich genauso viel Glas. Da brauche ich nochmal 24 Sand. Ach, ja. 8 habe ich schon. Also noch 16. Scheiße. 16 Glas. Ich habe aber keine Steine mehr, um mir da draus Sand zu machen. Weißt du, ob hier irgendwo in der Nähe eine Wüste ist? Nein, aber ich... Nein. Aber ich überlege, ob ich mir ein Mining-Duel machen soll. Ne, ich glaube, ich lasse es erstmal noch. Gut. Ich mache mir jetzt einfach nochmal Eisenwerkzeug ein bisschen. Okay. So, und dann gehe ich mal gucken, ob ich irgendwo Kohle finde. Das reicht. Ich gehe immer bei mir irgendwie weg. Da ist doch eine Wüste. Wie geil ist das denn? Direkt hinter meinem Grundstück. Ja, aber das dort ist 150. Ja, hinter dem Vulkan halt. So, komm ich wieder an mit Männer. Du darfst das aber nicht abbauchen. Da ist auch ein Urwald direkt hinter der Wüste. Passt. Was? Passt. Ja, siehst du, wären wir direkt von meinem Grundstück aus weggegangen. Aber baue ich eigentlich noch Urwald? Ich glaube eh nicht mehr. So. Erstmal Eisen. Was bist du gerade am machen? Einen Meserator, beziehungsweise einen Electric Furnace. Okay. Das habe ich letzte Folge geschafft. Oder nee, war das vorletzte? Es war vorletzte Folge. So, der Sand reicht erstmal. Denn so viel brauchen wir auch nicht unbedingt. Habt ihr ob sie den Scheiben an? Nein, bitte in den Chat. Ich habe nämlich gar nichts. Aber kann ich auch machen. Ich bin so vollfreundlich. Nee, sorry und du? Nope. Kannst du auch schreiben, nope und dann ein Smiley dahinter, ein Lächeln, das aber so. Hahaha. Trollololol. Mäßig. Mäßig. Hahaha. Meine Güte, das dauert aber. 24. 24. 24, 25. In den Ofen und dann wird da draus Glas. Dann brauche ich noch, was mache ich? Ah! Ja, das fragen wir uns alle. 8 Generatoren. Also 8 RE Batterien. Also 8 Copper Cable. Ich komme gar nicht hinterher. Moment. Ich wollte jetzt... Ja, mit, 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 egal was. Hahaha. Ich brauche noch ein bisschen Wabba. Wo ist Wabba? Ah, da zwei. Oh Mann, warum nur zwei? Ich brauche aber... 8. 8 Warba brauche ich. Mache ich mir mal eben einen neuen Tree Tab. Ich habe 18. Willst du mir was davon abgeben? Nein. Upsala. Nicht in den Iron. Ach, ist das schön, wenn man keine Tür mehr braucht und dann einfach durchs Dach fliegen kann. Hahaha. Oh, es gibt da wieder an. Es gibt nicht an. Was kann man eigentlich aus diesem Flachs Samen machen? Kann man dir irgendwie anzünden oder so? Du kannst die Pflanzen. Stoings habe ich, ja. Ich habe nicht... Ja und daraus kommen dann... Also wenn man das abschlägt, kommen dann Fäden und neue Samen. Also sozusagen eine Stoings Farm. Und wie viele warte ich guck mal. Was mache ich denn? Wo sind meine Fäden? Da. Ich glaube es ist Zeit für mal ein... Ein gescheites... Beat. Nein, nächstes Mal. Verdammt, das habe ich noch nicht nachgewachsen. Kann ich sie haben? Achso. Ja, wir brauchen die Stoings ja gerade nicht. Entschuldigung, ich muss mich kurz muten. Okay, viel Spaß. Ja? Du hast dich nicht gemutet. Nicht. Nee. Ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen. Kurzer Karte bitte. Okay, bei mir aber nicht. Und minus drei, sechs, fünf. So, das sind meine Koordinaten. Dann kann er sich dann gleich seine Strings abholen kommen. Das hier tue ich jetzt in den Ofen. Das Glas haben wir. Und den Coal Dust auch. Das ist ja schon mal gut. Und dann, genau, ich warte jetzt noch auf das Wabber. Drei, zwei, eins. Und ich bin wieder da. Ja, wirst du? Ich muss aber gleich wieder weg. Warum? Weil meine Schwester jetzt fahrt und noch nicht gleich, sondern in ein paar Minuten erst. Achso. Okay, zwei Wabber noch. Und so, jetzt habe ich zwei Wabber noch. Und jetzt. Copper Cable. Acht Stück. Was wollte ich jetzt bauen? Eine Elektronik. Ach, er ist da. Ja. Was braucht man nochmal fürs Zirkut? Achso, so, okay. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte den Generator, genau. Refined Iron brauche ich eine Menge. Brauche ich acht Iron Furnish. Scheiße. Okay, können wir mal pennen gehen, bitte? Ja. Und sonst kommen da wieder so Scheiß-Creeper und so. Mhm. Und spreng mein Haus wieder in die Luft. Und dann kann ich sie umbringen. Ich esse die nämlich, die Creeper. Genau, acht Iron Furnish. Ich wette, das reicht nicht. Nee, locker nicht. Mann, das bleibt ja gar nicht da drin. Bin ich so gewöhnt jetzt, dass das da drin bleibt. Denn im Singleplayer habe ich schon so ein Dingstable. Den werde ich mit demnächst auch mal machen. So ein Crafting-Table, wo dann alles drin liegen bleibt. Wenn man da rausgeht. Ah, da wolltest du ja ein Ding haben. Glas, gell? Ja. Acht Iron Furnish. Dann... Refined Iron. 24. Dann, ähm... Wie viel habe ich? Sechs, glaube ich, ne? Ja, sechs. Und ich brauche 24. Komm, ich tue jetzt einfach mal. Ich glaube, nächste Folge müssen wir nochmal farmen gehen. Ja, ich frage ich aber. Und mein Eisen geht langsam dem Ende zum Zuhu. Meins auch, ähm... So. Eisenhelm kann ich mir auch schon mal machen. Bist du jetzt eigentlich? Boah, ich... Oh, Gott. Was hast du gemacht? Na, wieder... Was verschießen. Wilde Rüstung noch. Oh, Gott! Acht Copper-Käbel. Nein, ein Wabber zu wenig. Also, wenn du was brauchst... Nein, gar nicht. Nein, ist schon okay. Äh, was wollte ich? Ja, genau. Re-Batterien. Was brauche ich dafür? Ich glaube, ich habe hier genug... Ich glaube, ich habe hier genug. Ich brauche... Tin und Redstone. Redstone und... Tin. Ach, verdammt. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, 8 RE Batterien Der Electronic Finance braucht aber Energie, oder? Ja. Durch einen Generator zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Gut. Dann warte ich jetzt noch hier. Da, genau. So, 24. So. Was ist, was ist, was bringt mehr? Geothermal oder normaler? Äh, was? Geothermal oder normaler? Ein Geothermalgenerator musst du Lava reintun. Das hast du ja jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, du hast einen Vulkan daneben, da kann ich es mehr holen. Ja, einen Lava hast du, aber... Ich will also den Generator machst du mit Kohle. Okay, ja, alles geschah. Ja, gut. Ähm, ja, e-batterie, ne, super. Ah, jetzt brauche ich noch einen Iron Fan, das ist egal. Tin, 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 tin und Copper. Na, super. Gut. Warte, wie viele brauche ich denn? Oh, ich muss wieder gehen. Ich brauche 16 Electronic Circuits. Da habe ich ja hundertprozentig zu wenig Rubber. Warte, das kann man sich doch auch... Ich weiß gerade nicht, wie das Teil heißt. Wo ist es denn? Nein, ich frage einfach mal, ob jemand Rubber für mich hat. Ich habe keine. Ich brauche das wahrscheinlich jetzt selber. Hat jemand Rubber für mich? Fragezeichen. Ich kann ja bei mir auch nochmal die paar Bäume ab... abernten hier. Ich glaube aber nicht, dass die schon nachgewachsen sind. Warte, wie viel brauche ich denn? So, la. Oh, das ist sauviel, weil ich dafür brauche, an Rubber. Und ich habe natürlich das Kupfer wieder vergessen. Für... Ach, wie viel war denn das jetzt? Ach, 16. Für 16 Elektronen. Für 20 Katzen. Yar majest du nicht. Ich denke, dass ich den Tag werde. An Sound best lap esse Shimkus diese hier. Blubblubblubblść. Oder ist das? So, dann lade ich mein Jetpack jetzt noch mal auf und lade mal ein bisschen Kohle nach. Gut, ein Iron Furness, eine AE-Batterie, und schon können Jetpack jetzt. Ach so, ich bin dumm, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie viel man dann da braucht. Insgesamt dann kann ich mir ja gleich mal ausrechnen, wie viel Rubber ich brauche. Ach gut, da ist er ja. Wenn du kein Rubberholz hast, ich hab Rubberholz. Dann kannst du ihn zu mir schicken. Ja, der kann dann draußen mich auch Rubber machen. Wo ist es denn jetzt? Den Electric Furness kann ich denn irgendwie, wie soll ich denn an den Generator anschließen? Per Kabel, oder? Kannst du ihn auch direkt daneben stellen. Ach so. Es reicht. Hm. Okay. Brrrr. Okay, wird angetrieben. Gut, was mache ich jetzt mit dem Electric Furness? Ich kann dir dein Sticky Vision verarbeiten. Verbraucht er auch Kohle, wenn er nichts zum... Hä? Antreiben hat, sozusagen? Nein, nein, dann nicht. Das heißt, man kann die Kohle theoretisch drin lassen? Gut. So, jetzt habe ich 64. Ja, also ein Stack. Okay, was brauche ich noch? Ich brauche auf jeden Fall... ... ... Blue Electric? Nein, Elroy. Brauche ich Erlohn. Fernis... Das heißt, es ist nicht alles. Ich brauche es zu cleveren und k athletes, zum Beispiel... Was da ist ein verbrauchen...? ... ... das heißt, es geht um die beste Kosche. nicht oder in welchem biome gibt es am meisten Klee unter Wasser jeden Fall das reicht locker nicht was ich hier habe an Wabba er besser Ritter genau wollte ich noch bauen so mal gucken wie weit ich damit komme mit dem Wabba warum kommt da nix raus gut ach das muss Refined Iron sein oder es muss Refined Iron sein wie viel waren das ich brauche 16 brauche ich auch kann ich drei Eisen von dir haben klar was willst du dafür was brauche ich gerade ich will mal kurz Ben gehst du auch mal gleich n n n n leg him back n wer baut da mein Bett ab auch der ist bei mir ah cool was war das denn jetzt wie geil ist das denn was hat der bitte gemacht was hat er gemacht er hat sich in Luft aufgelöst plötzlich da kam so er stand da dann kam grauer rauch und da war er weg wie geil ist das denn fragen halt wer das gemacht hat ja dann ja Eisen brauchen wir auf jeden Fall kobele kobele auf jeden Fall ich kann koppelst du mehr doch ich meine er hat wie viel brauche ich ihn jetzt 16 genau also fünf Stück noch ich habe wieder was gestern ich bin heute verwirrt liegt daran wahrscheinlich weil ich zu wenig geschlafen habe Tja Flint 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 da also drei ne ja doch 3 3 Eisen bräuchte ich noch ja 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 ich komme gerade zu ihr ja ich komme gerade zu ihr dann habe ich meinen Solarhelm der ist so übertrieben teuer so wenn man das schon am Anfang am machen ist wo man noch nicht wirklich viel hat aber ich mache mir trotzdem ich habe heute echt ein Fischgedächtnis ich habe heute echt ein Fischgedächtnis kleinen Speicher noch dran so äh Eisen ja mhm drei Stück danke und hast du noch ein bisschen Wabba nein sorry ein bisschen ein bisschen ich habe wohnt ja das habe ich natürlich hatte die Hälfte noch mal was ich was ich brauche mhm das ich habe sechs und vierzig Wabba Wurst ja okay Mama so ich gebe dir die Hälfte so so okay mhm es ist ein Extractor genau Extractor muss mir unbedingt machen und gern man auch schon was das kann oder was ich weiß was man aus einem Extractor machen kann kann Wabba Wut und so zu Wabba machen okay der ist ja leicht zu machen das ist so einfach sofort machen wozu brauchst du das war achso nevermind muss ich mir auch gleich machen warte dann brauche ich aber ein Eisenmeer bitte mhm danke kein Problem was willst du dafür eigentlich ich überlege ich mir vielleicht brauche ich später noch was okay ich komme auf dich zurück mhm 2 2 wir dürfen übrigens noch nicht äh benutzt seine die 3 tipps scheiße ja ich vier machen naja man hat eh genug Holz ja Gott oh Gott was denn mein einfachste Grafik 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 ding Rezepte nein jetzt habe ich schon wieder zu wenig ah was denn was zu wenig nein zu wenig scheiße zu wenig was Eisend das rubber war nein was denn was so hä wieso hat man was das geht was ist los habe ich mir zu viel gemacht was denn 3 3 4 ich frage mich was ja vielleicht habe ich eine zu viel gemacht und nein gar wurscht vergiss es ok so ich weiß doch wie das geht so das Eisen in den Ofen ok gut so sehr geil ich verbrenne das jetzt einfach mit dem Holz ich hab Gott kennt Maschinen nein ich brauche noch 8 Eisen mehr ja komm her ich mache mir erst noch den Solarhelm fertig falls das mit dem Rabber herweicht was haha mit dem Rabber herweicht ich denke nicht dass das reicht gut 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 jetzt habe ich auch ach egal ich ich kenne mich nicht nur aus ich bin gerade ziemlich benebelt glaube ich das macht glaube ich das was denn jetzt fällt man der name nicht ein da ventilator das mache ich denn jetzt in was wollte ich jetzt machen genau extractor zwei stück nur noch zwei elektronik circuits noch und ich habe meinen dings fertig wenn ein solange genau ich bin block ich kann ich den ganzen Weg die wieder fliegen ich bin schädlich noch voll genug auch so schwierig zu mir hin zu fliegen oder ja aber ich glaube es unglaublich Prozent das hat schon weiter ich möchte keine Vorstellung ich glaube wir müssen uns mal eine Pfeil von einem Grundschritt zum anderen Prozent verlegen ich bin ach so aber dann war dann können wir auch immer als irgendwas brauchen im anderen das per Pipe schicken da ist eine gute die müssen wir auch unter der Bildschirmacht nein das geht es gibt einen Teleport Pipe und so Prozent aber ich hatte auch vor so was so was wollte ich jetzt genau auch sicher genau ach ich bin ja genau leg erst einmal die Schaufel ins Kraft Inventar Kraft Krafting Inventar 8 Eisen ja ich hab gut da müsste auch sein kann es sein dass du die gerade eingesammelt hast ja ja drei habe ich die Hälfte Stück zurück ja es ist es ist wichtig so alt als er 6 8 danke war heute ist nicht zu erhalten als hätte ich gestern nacht irgendwas besonders macht doch Gott was muss da ein da muss immer sein Rez äpfel Prozent oder ein Brenner was sie muss brennen Prozent ja er soll sie machen er ja genau ich schreckt da aber jetzt noch sein Schiff tritt das war da da nachkommen da ist man das baumaus an ich tun war ihr leute will sie mir dazu schon es tut mir leid ich bin heute so deppert heute habe es aus zu so gut ja ein Hörer bin Nebel denn was ich habe es aus zwei Tiefs zwei guten also zwei normalen Tiefs einen das ist am Glück ab sie hat zwar und drüber gleich oder so die in den Jahren ein Extractor sechs Stück fünf Stück vier drei zwei eins könnten wir dann schlafen gehen wir müssen dann auch mal die Folge beenden ja okay dann gehen dein Bett also ich möchte dass das ist das Roboto oder wie auch immer das heißt so ein Maschinenblock was macht jetzt der Messer Reiter der macht Stein zu Sand oder so oder? ja nicht nur Stein zu sein, du kannst doch damit alles zu also zu Staub machen zu Pulver also wenn ich jetzt Cobblestone da rein haue, was passiert dann? dann wird das zu Sand und Erze werden zu das das ist genau wenn du zum Beispiel okay ich gehe mal ins Bett ja ich nicht ja ich nicht ja es war genau also ich würde halt Erze würde ich immer zuerst zu Pulver machen und das dann brennen dann kriegt man mehr raus oder was? genau dann bekommt man doppelt so viel raus ok gut aber die Erze also die normalen Steinerze also der Männer wie sie im Stein sind gut gut wieder mal ein intellektuell hochwertiger Beitrag so unnötig, ey bedankt wenn man es zum Schreiben geht, geht schon wieder, wäre das unnötig? was? egal hab versucht lustig zu sein, hat nicht funktioniert ja ja ok die Rubber Ding hat begonnen ah endlich ein Extractor so und jetzt muss ich den noch hier mit meinem Dings mit meinem Generator verbinden mit Copper Cables das da muss ich mir aber holen, diesen Stein da dann habe ich so wenig die sind im Moment sau wertvoll so und so und so und jetzt kann ich den Extractor da draufsetzen 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 ach, genau so Overclocker Upgrade rein wie funktionieren das? und das Wobberwood da rein tun oder Sticky Wism und dann bekommst du da Wobber draus ja ja nein das Overclocker Ding das kannst du rechts reinlegen und dann geht's schneller was muss ich da reinlegen? das Overclocker Upgrade achso das musst du dir craften Glocke Glocke so, mach bitte hin Extractor ok, ja, brauche ich ein bisschen, glaube ich finde ich noch nicht so ähm so ähm so also wie gesagt, nächste Folge äh werden wir dann wieder auf eine Höhlentour gehen ich hab da noch eine Höhle hab ich noch einen Waypoint von einer Höhle ich würd sagen, zu der gehen wir da müssen wir nicht wieder eine Folge verplempern nur um eine Höhle zu suchen und ich glaub glaub wir wollten bei Tier lang gehen ne, ich würd noch mal in die Höhle reingehen dann haben wir wenigstens schon mal eine Höhle ok so ein Wobber und 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 ja so, so aber hab ich äh äh, was mach ich denn so 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 und damit bin ich fertig so und jetzt so da äh R äh ok ich borde grad den übelsten Scheiß das heißt das lassen wir am besten und das Glas so 8 Solar Panels ach ich muss noch eine Low Voltage ah ok das ich dachte schon da brauch ich jetzt schon wieder Eisen für das ist aber zum Glück nicht so 4 Holz hab ich nein hab ich nicht warte was ähm ah ok so dann nochmal Copper Cable nein so 3 Copper Holz jetzt hab ich einen Low Voltage Transformer dann die Solar Panels da drum Low Voltage Solar Panel den Eisenhelm ja ich hab ihn ich hab den Low Voltage Solar Helm na endlich und da lädt sich mein Jetpack doch jetzt schon super schnell auf was hab ich mit dem oh mein Gott weißt du was ich grad sehe was denn es gibt noch einen viel billigeren Solar Helm super hätte ich nur einen einzigen Solar Panel gebraucht naja mach nix komm es hat sich ja gelohnt jetzt lädt sich das nämlich doppelt so schnell auf und äh hier seht ihr es geht sauschnell jetzt also das lädt glaube ich schneller auf als ich das verbrauche die verbaue ich direkt dafür sind meine Rohstoffe jetzt auch übelst gekleinert aber es geht schon wir gehen ja jetzt nochmal auf Höhlentour hier ist noch Rohrbar drin hab ich schon schon irgendwas schon nochmal ein bisschen Kohle nach und dann mach ich mir ein paar Fackeln schon mal für nächste Folge ne hier rein sollte ich vielleicht zuerst was denn Wasser reinfüllen und hast du auch was geschafft diese Folge eigentlich ja ich habe einen Messerator einen Extractor einen Electric Furnace und einen wie hat das letzte heißen äh Generator ok na gar nicht mal so schlecht ist ja eigentlich fast das gleiche wie ich hab ne mhm so das ist jetzt doch äh so ein bisschen Kohle äh ne nicht ein bisschen Kohle gemacht kann man sich das eigentlich auch irgendwie machen was es gibt einen Kohleblock hier schon ich dachte der kommt erst in der 1 6 raus hier 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 aus Juju Metern kann man sich noch Kohle machen so ok ja ich werde dann auch noch irgendwie was anderes brauchen äh noch mir machen demnächst noch Wer war es, neun? Oh, der ist in Lava gefallen. Endesens gelädt das euch jetzt um. Das hat sich nicht mal getraut, auf mich zu schießen. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir jetzt die Folge. Es sind nämlich schon wieder 41 Minuten. Schon wieder viel zu lang. Oh, scheiße. Ja, ich finde, ich pflanze noch schnell Flux, Seeds. Ich müsste mein Feld auch mal wieder ernten gehen. Nächste Folge. Aber was, was mir gerade auffällt, ich habe 40 XP. Ich muss unbedingt vorher noch den XP-Raum machen. Irgendwas verzaubern, denn das geht ja nicht. Da ich damit 40 Level irgendwo rumrenne. Kann ich nicht beenden? Ja, natürlich. Okay, dann mach ich nochmal die Verabschiedung, ne? Hallo? Ja, die Verabschiedung. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an diesem Zeitpunkt, wie schon gesagt. Und ich danke, wie immer, sehr herzlich fürs Zuschauen. Ja, ich auch. Tschaußen. Tschüss. Tschüss. Musik Musik